Ich muss mal die Aufnahme anmachen, das ist cool. Du hast ein Nachtsichtgerät, ich hab keins. Oh, jetzt will ich... Kannst du dich hoffen, dass er kein Zivi ist? Kann man Papier kontrollieren? Ich hoffe, ich hab das gemacht. Jetzt haben wir hier einen Zivi-Bohlen bei uns. Müssen wir beide erschießen. Ein krankes Pack. Das packe ich hier gar nichts mehr. Ich scheiß mir gleich in die Hose. Die wär erschossen, ich weiß genau. Mir scheißegal, ich pack trotzdem einen. Sollen sie mich doch erschießen. Hä? Total cool. Oh, der hat ein Nachtsichtgerät. Ich hab keins. Ist klar. Das Problem ist, ich hab Mark gemutet. Ich tu den mal entmuten. Vielleicht hat er gerade irgendwas gesagt. Und ich hab's nicht gehört. Ich hab's nicht gehört. Oh. Boah. Ist auch ein riesen Helikopter, ja. Marc? Ja. Ich hab Angst. Der wollte mal ein Nachtsichtgerät. Ist der Iva da, oder was? Der Iva da? Ja, der war da. Ja. So, wieder da. Alter, hast du das mitgekriegt, wie die mich beleidigt haben? Ja, ja. Hast du irgendwas gesagt dazu? Ich hab nämlich... Ich war nur auf dem TS und hab ich gemeint, die sind neu. Und er meint, äh, der ist neu und ich zeigte ihm gerade so ein bisschen. Dann hat er gemeint, ja, warte mal. Ich mich jetzt nicht mal. Dann ist er zu dir hochgerannt. Ah, helf dich, die Fresse. Und, äh... Da fang... Ey, ehrlich, ey. Ja, 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 ja.